Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald in Kamen. Hier sind wir wieder bei einem neuen kleinen Werkstattrundgang und es gibt einige neue Sachen zu sehen. Was es genau zu sehen gibt, seht ihr gleich nach diesem kleinen Intro. So, hallo, da sind wir wieder in der Werkstatt. Hier stehen wir an unserem inzwischen echt abgearbeiteten ehemalig Eiche-Schwarzen O-170-Flügel. Hier sind noch Reste. Man kann auch hier schön sehen, wie sich das ganze Patex-geklebte Furnier auch noch löst. Das muss noch gemacht werden. Unsere Auszubildende Laura war sehr, sehr fleißig und hat mit dem Heißluftfön und dem Stecheisen, wie man hier sehen kann, perfekte Arbeit geliefert. Der Heißluftfön steht auch bei 550 Grad. Ist also nichts mehr zum Haarefön, dann hat man ruckzuck eine Glatze. Aber für das Furnier ist es wirklich gut und Laura löst jetzt die letzten Reste vom Furnier ab. An manchen Stellen ist es einfacher oder lose, an anderen fester. So, jetzt gehen wir hier kurz weiter. So, hier stehen wir vor einem Stapel Notenbücher. Die haben wir auch mit dem Eiche-Schwarzen Stein mitgenommen. Verschenken wir. Zu schade zum Wegschmeißen. Teilweise wirklich ganz nette Noten dabei. Alle Mitarbeiter können sich hier bedienen. Wir haben dann auch noch Freunde und Bekannte, die auch alle gerne mal durchgucken. Und das sind so Sachen, die wir immer verschenken, weil Geld wert in dem Sinne sind sie halt nicht mehr. Aber sie machen den einen oder anderen dann auch froh, wenn sie diese Noten bekommen. So, und weiter geht's. So, hier sind wir jetzt bei einer Reparatur, einem Stahl-WO-Flügel von 1910, 1911. Wie man hier sehen kann, Resonanzboden ist gespänt, Stegdoppel sind erneuert, glaube ich. Hier haben wir jetzt den Bodenaufkleber wieder eingebracht. Der trocknet gerade noch. Der ist so im unteren Bereich noch ein bisschen grisselig. Das wird mit Sicherheit noch fertig lackiert. Ist er schon. Wir werden dann nur anschließend diesen Bodenaufkleber nochmal überlackieren. Und dann kommt der Gussrahmen. So, den Gussrahmen sehen wir hier. Diese beiden Mitarbeiter, die Gussrahmenschleifer genannt werden, schleifen sich fröhlich einen ab, um die Gussplatte schön glatt zu machen, damit sie anschließend schön neu lackiert werden kann. In dem Original-Steinweh-Goldton, den diese Gussplatte auch früher hatte. Dann haben wir hier noch unser Steinweh-Klavier von dem Kreuzfahrtschiff SS Olympic, also dem berühmten Schwesterschiff der Titanic. Hier sind jetzt auch schon die ersten Vergoldungen unternommen worden. Wir warten jetzt noch auf den Oberrahmen. Da müssen noch einige Sachen dran gemacht werden. Und sobald das Klavier fertig ist, werde ich euch das auch nochmal in einem kleinen Extra-Video vorstellen. So, jetzt gehen wir nochmal einen Flügel weiter. So, hier stehen wir jetzt vor einem Stein-WS-Flügel, der jetzt auch schon neu beseitet ist. Und das erste Mal hochgezwickt ist, diesen Flügel werden wir jetzt montieren, zusammenbauen und dann zur Firma Inam geben. Dieser Flügel wird neu von außen schwarz hochglänzend Polyester beschichtet. Wie ihr seht, ist er von innen wieder schön beieinander und fertig für Inam. Wir beziehen unsere reparierten Flügel immer vor dem Polyesterlackieren, um sicherzugehen, dass sich der Flügel in keiner gearteten Weise irgendwie zusammenzieht, was dann bedeuten würde, dass der frisch aufgebrachte Polyester oftmals hier an diesen Kanten reißt. Das wollen wir verhindern und deswegen wird er immer erst bezogen. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich kratze mich mal kurz am Kopf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Für alle Fragen schreibt uns eine E-Mail. Ruft uns an 02307 12125 post at piano-maiwald.de Wie der Monat Mai und der Wald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!